Ich trinke heute ein Kaffee mit Hans-Ruedi Kiburz. Er ist der Besitzer vom Gasthof Ochsenzlupfig, wo auch die Online-Metzgerei meet4u.ch dazugehört. Guten Nachmittag, Hans-Ruedi. Salut, Ramona. «Weg dem Fleisch weiss», das ist euer Slogan. So kennt man euch vom Gasthof Ochsenzlupfig. Aber auch für die Online-Metzgerei meet4u.ch sind er bekannt. Eine Online-Metzgerei. Für die, die sich das nicht vorstellen können, was ist das genau? Das ist eine Metzgerei, die man Fleisch bestellen kann, wie in einer normalen Metzgerei. Einfach mit dem Unterschied, dass man das zu Hause am Computer oder Smartphone macht und sich schön bei der Bestellung genau auswählen kann, was man will. Und dann die Ware bestellt und man nachher entweder das Fleisch bei uns in Lupfig vom Gasthof Ochsenzlupfig abholt oder es zugeschickt bekommt per Post. Wie bleibt das frisch? Wir verpacken das gut in einer Kartonschachtel, umschlossen mit einer speziellen Hanfmatte und geben nachher gefrorenes lupfiger Quellwasser dazu als sogenannten Kühlakku. Und somit kommt das Fleisch nachher tiptop bei Covello gekühlt an innerhalb von 24 Stunden. Von die Chinoise, das ist glaube ich das Schweizer Weihnachtsmenü jetzt an nächster Woche. Ich nehme an, da kommen Bestellungen im Minutentakt rein, oder? Das ist fast so. Wir haben schon eine recht volle Mailbox und müssen also am Samstag, Sonntag sicher durchschaffen, damit wir die ganzen Bestellungen abschaffen können. Aber da haben wir natürlich Freude, wenn es unsere Mailbox noch sprengt bis dann. Und das heisst, bis wann muss ich online mein Fondichinoise bestellen, dass ich es dann auch wirklich habe? Die letzte Bestellung, die du machen kannst, ist am Sonntag, am Morgen, am 10 Uhr. Wenn du es bis dann bestellst, kannst du es am Montag noch Mittag abholen, bei unserer Moxolupfung, oder bekommst du es per Kurier am Montag noch zugestellt über. Und wenn ich jetzt Experte schon da habe, stimmt das tatsächlich, dass ich das Boulefleisch nicht in den gleichen Teller nehme wie alles andere beim Fondichinoise? Das ist richtig, Ramona, das siehst du genau so. Also, das tut man auf einem separaten Teller, wenn es noch frisch ist, und tut es nachher von einem separaten Teller direkt in Bouillon hineinheben und nachher nimmt man es von der Bouillon, nachher kocht raus und erst dann kommt es auf einen Teller, wo man noch das andere Fleisch und Zöseli hat. Wenn jetzt mal das passiert, so im Falle der Fälle, dass mein Fleisch nicht ankommt, das ich bestellt habe, was ist dann? Dann ersetzen wir das selbstverständlich. Das ist der Hans-Rudy Kiburz, Besitzer vom Gasthof Ochsenzlupfig mit der online-metzgerei-meet-for-you.ch. Danke für den Besuch und schöne Festtage. Wünsche ich dir auch. Alles Gute.